sieben länderspiele und der superstar des heutigen abends 79 länderspiele vorgestern am sonntag im finale in brasilien schoss er selbst ein wichtiges tor gegen santos bereitete die beiden anderen vor und war absolut der könig auf dem platz das will er auch heute wieder werden schiedsrichter ist übrigens herr schmidhuber aus ottobrun ein fifa schiedsrichter ich hoffe nur dass der es nicht wieder so eng sieht wie wir das bei anderen abschiedsspielen schon erlebt haben dass da ein einbruch plötzlich zwei meter zurück verlegt werden muss so weiter mit der aufstellung er ledbarski vom ersten fc köln spielt walter schachner der österreicher einer der schnellsten und technisch versiertesten außen stürmer 43 länderspiele und der tor schützenkönig der wm 78 in argentinien mario campes vom fc valencia und beide mannschaften haben sich vorgenommen fußball zu spielen wirklich ein schönes spiel zu zeigen das alles ist unsere gehoffnung da haben sie die betreuer der welt da sind sie alle branche sehr witz wird der ball oder latex helmut schön der der cheftrainer ist jub derweil die heute abend gemeinsam coachen sollen was es auch immer zu coachen gibt ja und der fc bayern der im augenblick an ballbesitz gekommen war aber schon wieder weg ist betzei so soll es laufen der fc bayern hat sicherlich seinen zuschauern gegenüber eine verpflichtung für das miserable bis faule spiel vom samstag zu entschädigen und auch spielerisch etwas zu bieten breitler wird eine halbzeit bei bayern eine halbzeit in der welt elf spielen und sie sehen an diesen ersten szene da geht man eher mal weg da lässt man den ball laufen da wird fußball gespielt rummenigge sicherlich als persönlichkeit der nachfolger und da ist ein jüngerer bruder der michael anball der heute mittelstürmer spielen rummenigge der sicher einmal die führende rolle auf dem spielfeld in der mannschaft des fc bayern übernehmen und das da drüben ist leandro adilio und zyko leparski adilio klaus augenthaler übrigens wieder dabei bei den bayern breitner hat sich ja vorgenommen 90 minuten durchzuspielen ob er das mit seiner verletzung kann da habe ich noch so meine zweifel und schauen sie auch mal ein bisschen auf den jungen mann den blonden da mit der nummer neun auch michael rummenigge der ja im nächsten jahr wenn es irgendwie geht einen stammplatz im team des fc bayern bekommen soll auf der bank der welt elf übrigens nicht nur sepp meyer der toni schuhmacher in der zweiten halbzeit ablösen soll sondern auch mario campes und da muss ich noch eine geschichte erzählen die ein jahr also wirklich die lachtränen in die augen treibt das wurde heute vormittag bekannt der selbst sollte eine halbzeit beim fc bayern spiel und dann hat einer vom dfb erklärt das geht nicht der sepp meyer hat nämlich als aha spieler in seinem heimatverein in anzig einen spielerpass und dann kann er nicht in der bundesligamannschaft vom fc bayern spielen wissen sie das mag ja alles den statuten entsprechen aber ein bisschen schwachsinnig ist es schon gut dafür spielt er jetzt halbzeit die welt in der welt elf und ich glaube dass das den zuschauern zumindest genauso gefällt dafür hat er die freigabe dann bekommen da waren heute früh ungefähr 50 journalisten bei einem symposium zusammen und als das bekannt wurde sie können sich gar nicht vorstellen das war der aufregendste schönste und lauteste moment dieser ganzen veranstaltung nur gelächter ja also so ganz kampflos gibt die welt elf da das mittelfeld nicht frei da stehen jetzt doch neun mann hinten drin nach zwei der laie der sich letzten monaten zum publikumsliebling gemausert hat und schön vorbei die brasilianer die haben wir einen wirklich ein riesen dinger kämpft schade wir haben eine riesen scharpaze auf sich genommen das nenne ich wirklich vorbildlich der ziko hat gesagt ich will auf jeden fall spielen ich kenne den paul seiter wm 74 da will ich dabei sein die sind nach der meisterschaft ohne die feier ins flugzeug gestiegen und nach wünschen geflogen finde ich ganz prima mit das geht der neue bayern trainer er hat mit ein paar sorgen gelesen gehört vom spiel und von der spielweise am samstag aber die bundesliga ist eins und das abschiedsspiel ein anderes herrliches wetter es passt eigentlich alles und die stimmung scheint auch mitzuhalten herrlicher pass da ist leandro lidbarski toller schuss von mario campes über 600 länderspiele hat diese welt elf übrigens auf dem buckel die hier angetreten ist junior adilio die brasilianer verstehen sich natürlich besonders gut leandro aber gute fußballer haben da glaube ich kaum schwierigkeiten vor allem keine sprachschwierigkeiten von franz beckenbauer der technisch auf jeden fall noch super beherrscht hat vorhin einer gesagt der trainiert zurzeit bei kosmos für seine rückkehr in die bundesliga die bayern bank mit einem gestressten uli hoeneß der umsonst den kleinen jet geschartert hat und nach brasilien geflogen ist ja marie pappe ist hier in münchen ganz schnell zum publikumsliebling geworden nicht nur weil er was kann sondern auch wegen seiner persönlichen sehr menschlichen art michael rummenigge schachner Applaus Schön, Pempes, Lekarski Leandro, Zico, Adilio Schaffner Schade Michael und Karl-Heinz Thürnberger Schön gemacht, oh schade So früh hat der Franz dem Paul noch kein Tor gegönnt Schade 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 Applaus beckenbauer erstmals in der bayern hälfte udo hausmann wirkt ziemlich ehrgeizig aber der will auch wieder einen neuen vertrag haben da haben sie aus rubesch der nachher in der zweiten halbzeit ja auch so eine art von abschied von diesem stadion feiert falls er nicht international hierher wieder zurückkehrt ja danke da wollte der kalle dem kleinen bruder dem michael das erste tor auflegen der nachtball schießt ernsthaft aber meistens vorbei das hören sie sicher udo udo kommt unter einem ganz schönen leistungsdruck hierher mal sehen was draus wird vielleicht will er da endgültig einen neuen mittelstürmer beim fc bayern installieren schön gemacht aber der augenthaler kann es auch noch mal weiter schaffer der jetzt in italien von cesena nach turin gewechselt ist ja wie oft haben wir den franz beckenbauer so gesehen bälle abfangen elegant sicher schnell verteilen aufbauen der campus mario campus der argentinier ausgesprochen fleißig im mittelfeld arbeitet viel schön dass da keiner ernsthaft versucht hat den ball noch zu kriegen und eine verletzung zu registrieren so muss das bei so einem spiel sein hat schon noch ein gutes auge der beckenbauer respekt augenthaler das raunen ist die aufforderung zum schuss denn der hat einen kernigen schuss mit 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 Michael Rummenigge Der kann den Ball ganz eng führen Und der hat einen Blick für die Situation Ball 1 Keinerseits Schön gemacht Geist 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 Jürgen spanisch! campes alles schön mit technischen finessen lernt sie gesehen was dieser ball für einen enormen schnitt hatte wie der sich da reingedreht hat breitner meistens in der spitze möchte wohl gerne ein tor machen zicko schön gemacht ja jetzt lassen sie doch schießen ja 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 tja mit dem paul breitner geht ein ganzes stück fußballgeschichte dahin also zumindest ist auf dem fußballplatz einer mit vielen ecken und kanten und widersprüchen aber das hat oft genug bewiesen halt auch ein guter und häufig sogar ein überragender sportsmann beckenbauer könnte auch in brasilien spielen mit jungen ja Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das sind ja alles Künstlernamen bei den Brasilianern. Die haben ja drei, vier Vornamen und einen Familiennamen. Weiß man immer gar nicht, was ist was und deswegen haben sie alle diese Bezeichnung. Oh, ein schönes, fast ein schönes Ohr. Wer war das denn? Augenthaler. Ach, Stammenschuss. Nee, doch nicht Augenthaler. Keierlorzer. Beckenbauer hat früher auch schöne Eigentore gemacht. Schön gesehen wieder, der Pass kam von Michael Rummenigge. Nachtwey. Vierter Versuch. Aber so langsam scheint es sich einzuschießen. Bitte. Und jetzt ist es nahrungsvoll. unheimlich viel solcher transparente übrigens im stadion von denen sie eben eines gesehen habe grüße an paul breitner aus allen möglichen orten find's nett dass die leute sich abgesehen von der reise hierher für die eintrittskarten auch noch die mühe machen so was mitzubringen herzustellen mitzubringen schön gemacht für schaffner die torhüter haben in jedem spiel ein riesen die kulturelle ab 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 Kommen nigger, Karl Heinz. Der Karl Heinz Rummenigge hat so das Gefühl, dass jetzt nach 26 Minuten rum doch mal ein Tor fallen sollte, muss ich ihm recht geben. Ja, aber jetzt, ungestört. Der Junior hat ihm gar nichts getan, der Toni Schwimmacher auch nicht. Und der Beckenbauer, wie üblich, auf diesen Platz gelegt nicht jedenfalls, schießt dieses Tor, das wir also dem ehemaligen Bayern-Kapitän und nicht dem heute noch amtierenden zuschreiben müssen. Hier ist der Platzsprecher. Leparski Junior. Da ist Zico. Betzai. Da ist Zico. Da ist Zico. Walter Schachner, der Österreicher. Junior kommt mit, Kempis. Und Leparski. Und Tor. Schön in die lange Ecke gezogen, 1 zu 1 nach 28 Minuten. Und das wollen wir und das wollen auch die Zuschauer hier im Stadion sehen und ich denke sie zu Hause auch. Zico und Adilio. Das ist Zico mit der 9. Und das war Schachners Tritt gegen den Rasen. Das war Schachner. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, dem Karl-Heinz Rummenigge wird der Paul Breitner am meisten fehlen. Denn die beiden waren ja in etwas verkleinerter Form das, was früher die Achse Beckenbauer-Müller war. Immer wieder die Angriffe über Zico. Adilio mit der Acht, da ist wieder Zico und Schachner. Mario Kempis. Sechs Tore hat er, 78 bei der WM, als seine Nationale Weltmeister wurde geschossen in Argentinien. Und jetzt! Schachner schießt viel, aber auch hoch. Herrlich herausgespielt von Adilio. Adilio. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mit der zwei lehren drohen hat einen unheimlich harten schuss ist aber noch nicht so recht dazu gekommen beckenbauer ja den kennt ja nun wirklich schön aufgelegt für petzai heißt die andere ja das war doch ein stück zu weit fahren wo sich der michael rummenigge dahin geschmuggelt hatte was macht den wechseln aus wie spielen wir weiter ernste beratungen eines hochkarätigen und auch ganz gut bezahlten trainer kollegiums leandro mit paschi mario campes gut spielen sie zusammen nicht immer also den walter schaffner gönnen die leute hier so ab und zu an den misserfolg das ist die gute alte nachbarliche feindschaft bayern österreich dünnberger adilio ziko der kann am ball unheimlich viel und wieder schachner ja hätte man auch hand spielt sprich meter geben können schauen sich das an der pass aus dem stand ziko mit der hacke angenommen und den ball so dran behalten diese brasilianer sind schon ein genuss das ist das ist die Barski, Leandro, immer noch Leandro, Zico, schön liegen lassen, und das musste doch fast ein Tor werden. Aber der Bertram Bayerlorzer, der Bayern-Verteidiger mit der Nummer zwei, spielt ziemlich energisch gegen Walter Schachner, unter anderem übt er ja auch für das Spiel am Samstag, wo er gegen seinen ehemaligen Klub, den 1. FC Nürnberg antreten muss, oh schade, kracht verletzt, hoffentlich nichts Schlimmes. Es wäre natürlich besonders schade, wenn bei einem so einem Spiel auch nicht ganz zu vermeidenden Zusammenfall auch noch eine Verletzung passieren würde. Schauen Sie sich dieses prächtige Bild an, dieses Olympiastadion hat, wenn es bis auf den letzten Platz gefüllt ist wie heute, unheimlich viel Atmosphäre. Fein, Jean-Marie Papp steht wieder, doch nichts Ernstes. Junior. Schöne für Beckenbauer? Schön, diese Bässe vom Beckenbauer. Amilio, Zico. gelegentlich aber das sollte man in seinem spiel wirklich nicht kritisieren ein bisschen zu verspielt Pezzai Junior Mario Kempis Karl-Heinz Förster Leandro und Litti Zico ja wir haben noch etwa fünf Minuten eins zu eins immer noch zwischen Bayern und der Weltauswahl eigentlich könnte sich wieder mal ein bisschen was hören so was zählt schön gemacht knapp gescheitert ja 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 Ja, der Michael möchte auch zu gerne ein Tor schießen. Kempis. Schachner. Ja, schön vorgelegt von Zico. Ja, das ist wirklich ein Könner. Er verdient, glaube ich, schon die Bezeichnung Star, die ja häufig ein bisschen vorheilig angewendet wird. Paul Breitner übrigens immer noch mit einem ziemlich geschwollenen Knöchel, mit einigen Schmerzen. Aber er war ja schon immer ein harter Bursche und hat gesagt, ich spiele auf jeden Fall durch. Ich will nicht vorzeitig aufhören. Nicht in diesem Spiel. Adilio, Kempis. 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 ein traum pass für ledbarski aber muss noch ein bisschen warten ziko so halbzeit eins zu eins ich hoffe dass wir in der zweiten halbzeit noch viele technische und hoffen sich noch ein paar tore mehr sehen werden das erstmal nachgucken wer bei bayern so alles eingewechselt wurde das kann sich im prinzip zunächst mal nur um einen handeln und es spielt jetzt auch horst rubesch und zwar wenn ich das richtig gesehen habe in der weltelf für mario campus er trägt die nummer 10 in der pause gab es hier eine riesen gaudi denn sepp meyer im tor der weltelf wurde von rubesch warten schossen und hat daraus eine echte große show abgezogen da wird er gerade begrüßt also rubesch für mario campus hatte ich richtig gesehen und beckenbauer ist draußen und für ihn spielt jetzt breitner in der weltelf ja vielleicht sogar die rolle des libero und im tor ist jetzt für jan marie pfaff für toni schumacher sepp meyer güttler hat breitners platz beim fc bayern übernommen er spielt mit der nummer 15 so jetzt haben wir glaube ich alle auswechslungen durch da ist güttler was ich ein bisschen bedauert dass der franz beckenbauer nicht mehr da ist denn ich hätte mal sehen wollen was der sepp macht wenn der ball gewesen wäre und vor allen richtung eigenes tor gespielt hätte da hat er ja einige ungute erinnerungen zusammenspiel der brasilianer breitner mit der nummer fünf sturm spitze ja vielleicht kann er jetzt noch ein echtes tor schießen in der welt elf denn das 1 0 dass er vorhin gutgeschrieben bekam das war nun wirklich ein echtes schönes beckenbauer eigentor zick adilio mit baske also der walter schachler hat entweder kein glück oder scheitert am samarie pfaff und mit und mit und 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 Los! 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 mit der zwölf hans flügler beim fc bayern im spiel rummenig zico und adilio der pass war ein bisschen zu lang auch für den schnellen mit barski güttler noch mal hatten guten schuss und rummenig jungen vielleicht legen sie jetzt so ein bisschen vom falschen in diesem moment falschen ehrgeiz ab und zeigen wieder ein bisschen von dem was der ersten halbzeit so schön war kabinett stückchen technischer art und lassen halt den gegnerischen stürmer auch mal öfter zum schluss kommen der das sich einfach vor den toren ein bisschen mehr tut und auch die torhüter zeigen können was sie alles drauf haben war hübsch gespielt oder abschluss ein bisschen wisslung flügler von dem man ja beim fc bayern auch einiges erwartet für die nächste saison immer wieder suchen sie zico und adilio das war ein schuss makel klaus ausenthaler sicherlich der mann auf dem spielfeld mit den meisten ballkontakten adilio breitner wie so oft das hemd über der hose rubesch adilio zico schön karl-heins förster fußballer des jahres 82 hat 48 länderspiele sowie breitner insgesamt erreicht hat der karl-heins förster wird ja sicher noch einige machen ja da reklamiert zwar der schau mal abseits aber jetzt ist es dem weiter schaffner gelungen das 2 zu 1 für die welt elf zu erzielen schöne vorarbeit von junior und aus vollem lauf war gab es nichts mehr zu halten das 1 zu 0 eine gemeinschaftsarbeit für den fc bayern breitner beckenbauer das war so mit der ersten hälfte das 1 zu 1 dann ungefähr eine minute später hatte die paske erzielt und jetzt also führt die weltauswahl mit 2 2 2 1 durch dieses tor von schaffner herrlich vorbereitet von junior von flamengo rio de janeiro nach drei für del haie junior schön gespielt mit balski zicko junior zicko holland schöner ein raffinierter schlenzer aus dieser position der kann wirklich was michael rummenigge bei dem sieht man so wirklich in einigen szenen dass das wirklich ein großes talent sein bruder karl heinz hatte ja auch einige anlauf schwierigkeiten im großen fußball aber der michael hat sicherlich das zeug dazu die fußstapfen in die großen spuren zu treten die sein bruder da schon gelegt hat zicko ledparski nachtweil hat man schuss versucht frei aber war wirklich nicht von schlechten älter aber der sepp meyer gezeigt dass er wirklich noch nichts verlernt hat glaube der hatte die fingerspitzen dran nein nicht im entferntesten das hat aus unserer position getäuscht aber dennoch gibt es gab es schon ja 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 da hat sich der kalle del haie bei seinem einsatz wohl doch ziemlich wehgetan am karlheims förster kann man sich auch wehtun obwohl der nun gar nichts dafür konnte ja ja aber kann schon wieder in die südkurve winken die kalle der haie intoniert er wird wohl gleich wieder weitermachen können knapp 15 minuten gespielt 2 zu 1 für die welt elf und vielleicht könnte man weiter spielen und den del haie an der linie behandeln bei so einem spiel müsste das doch eigentlich möglich sein in der südkurve bei den fans muss es irgendwelchen ärger geben also bei den erklärten fans der adele zeigt der mannschaftsarzt an soll ausgewechselt werden denn da ziehen ordner auf kann ich nicht sagen warum zu beobachten war im augenblick jedenfalls nichts wenn der laie des spielfelds verlässt was sicherlich vernünftig ist dann wird bernd martin kommen ja das scheint sich weiter schlimm zu sein aber das schaut natürlich im moment böse aus und warum soll man irgendwas ist hier an der soll ja am samstag und mussten letzten bundesligaspiel noch mal antreten und soll möglichst fit sein adilio und leandro breitner junior kommt mit da ist er mit der vier ja also bernd martin bei den bayern im spiel er sei adilio schön reingeluchte probe die weltelf sollte jetzt vielleicht mal den horst rubesch in die mitte postieren über die flügel spielen damit sich da vor dem tor der bayern wieder ein bisschen was wird da ist bernd martin nach zwei rummenigge schießt doch mal schieds- und linienrichter machen ihre sache übrigens recht gut da hatten sie eben peter grünberger einen ganz jungen mann im bild der wohl auch noch ins spiel kommen wird bei den münchnern die schieds- und linienrichter machen ihre sache übrigens gut lassen das spiel soweit die regeln ist irgend zulassen laufen natürlich muss man klare aus entscheidungen geben oder klares abseitspeifen also am besten gefallen mir im moment die gesänge der zuschauer servus halle weiß ich ob sie das so deutlich hören schaffner hat sich da schön vorbei gemogelt rüber steht paschi der doppelpass nicht ganz angekommen zicko pavillo junior das wird der rummenigge was abgekriegt hat oder neue schuhe braucht steht jedenfalls noch an der seitenlinie ja wird ein bisschen behandelt wohl am schienbein rubesch nicht ganz abgefiffen zeigt in aller unschuld seine hände da schießt sich da meint wohl er habe den ball mit der hand mit jahr deutlich mitgenommen also kein bildiges tor 2 zu 1 für die weltauswahl gegen den fc bayern der zwischen auch vier neue spieler entfällt hat da ist einer davon güttler und karl 1 rummenigge wieder dabei adilio ganz knapp zu spät gekommen sind z Trading die beiden spielen auch bei прибби zusammen nebeneinander zusammen das sieht man einfach auch in diesen kurzen passagen dass sie sich blind verstehen mit baske gegen hausmann die kennen sich auch schon lange meyer lotzer martin junior wird langsam ein bisschen müde sieht man am laufstil die passen probe oder fast mal getroffen ja jetzt weiß ich auch warum die ordner da sind weil halt doch einige hundert schon der bayern fans aus der berühmten aber auch berüchtigten südkurve schon über die absperrung und über den olympischen fotograben gekommen sind um den abschied von paul breitler am schluss noch ganz hautnah mitzuerleben schön dieser pasta wolle genommen nicht von schlechten älter bei bayern kommt jetzt peter grünberger ins spiel bayern lorza geht heraus also eine gelegenheit für alle mal ein bisschen mitzuspielen da hatten sie übrigens gerade den ehemaligen co und augenblicklichen amtierenden trainer der bayern reinhard saftig augenthaler ja schießt doch mal könnte ruhig mal 20 meter sein geht ja hier nicht um ein unentschieden zu verteidigen oder einen knappen vorsprung über die zeit zu bringen ausmann rummenigge jawoll das kann nach dem abflug lustig werden ich glaube nicht dass die ordner die jungs darauf halten können von paul breitner der da gerade 1 1 seiner wenigeren spurts anzieht aber ich sage noch mal hat immer noch eine sehr geschwollene knöchel eine verletzung die wehtut das behindert natürlich schon mal von ihm weiß man ja nicht zurecht wie es jetzt in sachen fußball zumindest weitergeht moderiert die eine oder andere fernsehsendung zum beispiel den klub zwei nachbarland österreich da und im fußball wird er sich denn nun ins präsidium des fc bayern wählen lassen eine mehrheit bekäme er sicher oder wird er nicht in die rolle eines funktionärs schlüpfen wollen wir ja so oft ich bin ziemlich gespannt adi reitner schade bisschen zu eng gegangen augenthaler der bildes sie waren der will jetzt tor machen der kann aus der entfernung schießen aber das ist macht so aus jedem kontakt doch eine kleine nummer schachner hat die video noch mal für schachner und grünberger noch mal grobe ziko ja da will von den abwehrspielern auf beiden seiten keiner mal irgendwie ein bisschen schwächer aussehen die nehmen es mir jetzt im moment alle ein bisschen zu ernst in der paul jetzt noch die kraft hätte zusammen allein gang wie in seinem letzten großen bundesligaspiel in hamburg schachner er versucht es auch gerne allein leandro lefkowski noch mal leandro ja und gleich ist applaus da denn das wollen die zuschauer bei einem solchen spiel sehen nicht kampf und krampf nicht übermäßige anstrengung oder torverhinderung sondern schöne szenen technische einlagen wie hier von karl 1 förster und ein paar gute torszenen mal sehen ob sie den breiter noch mal in schussposition bringen adio was sie im moment nicht sehen was wir ihnen aber gleich zeigen werden während der karl 1 rummenigge hier den ball führt die fans jetzt da haben sie sich schon fast im bild an der tor aus die wir waren nicht mehr zu halten rummenigge jetzt kann eins machen ich fürchte dass die bitten des platzsprechers an die zuschauer zurückzugehen einigermaßen umsonst ausgesprochen werden vergeblich auch an der seitenlinie vor der hauptgebühne ziehen sie jetzt auf mein gott was soll es solange sie nichts anstellen und solange sie das spiel nicht stören probe und das haben viele aus allernächster nähe miterleben der vorstopper der bayern zum 2 zu 2 wolfgang probe wirklich ein herrlicher treffer auch für den sepp meyer nicht zu halten die in der im und in 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 ja jetzt passiert leider doch dass einige der begeisterten oder vielleicht auch ein bisschen betrunkenen fans im spielfeld reinrennen das ist natürlich nicht das ideale das sollten sie wirklich lassen der ordnungsdienst will dann natürlich auch nicht hart durchgreifen es wäre auch schade wenn es hier noch unangenehme zwischenfälle geben würde gerade bei einem solchen anlass also zwei zu zwei steht diese partie das tor von probe sicher das schönste was wir jetzt gesehen haben rummenigke 1 2 3 waren zu viel leandro Reitner, Adilio, Sico, Leandro, Lidbarski, und fach vor Ruben. Rummenigges, Junior, herrlich gemacht, wie der den Ball darunter nimmt. Adilio, jetzt wäre mal Platz da vorne. Sieg Tor. Hat Rubisch besucht, aber nichts gefunden. Hobe! grünberger ja auch die sicht für unsere kameras da unten jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkt aber noch bleibt alles einigermaßen im rahmen hoffe dass es auch so zu ende geht was haben wir denn noch ungefähr zehn minuten ja 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 Böden! Böden! ich muss sagen ich habe es vorhin schon mal gesagt dass ich wirklich überrascht bin von den vielen transparenten auch von den gesängen taule wir danken wir denn er war ja nie ein bequemer und eigentlich nie so der der große heroes aber irgendwie mögen die leute halt doch deswegen sind sie gekommen und deswegen feiern sie ihn heute und ich glaube nicht zu unrecht aus mal gestoßen warum eigentlich warum lässt er den schaffner nicht laufen und schießen ja der paul breitner erfreut sich also offenbar doch einer größeren beliebtheit nicht nur das respekt zur unterachtung als man so gemeinhin glaubt zumindest hier in seiner bayrischen heimat nicht schlecht dass der zieht oder losgelassen hat und der marie im bayern tor abwehren konnte gerade noch die fingerspitzen drangebracht und die schade junior auch nicht von schlechten älter und die karl heinz und michael leandro schön freigespielt und hat heute auch kein schuss glück sie konnte die verschaffen ihnen da freier schuss war schön gemacht ich Zieb vor. Schön. ich bin gespannt ob wir jetzt erkennen warum es hier elf meter gibt gerade augenthaler hat böse geschützt ich finde es richtig ein lob an herrn schmidhuber den fifa schiedsrichter paul breitner wie viele elfmeter hat er geschossen viele verwandelt manche auch nicht den jahr also ich ziehe meinen hut vor herrn schmidhuber der dieses spiel hier leitet der die allererste und allerkleinste möglichkeit gesucht hat dem paul breitner einen elfmeter zu geben allen gespeckt gibt es glaube ich auch nicht viele aus der schiedsrichter gilde das gemacht hätten domenicke ja so in vier minuten ungefähr wird sie volksseele hier über kochen und werden die spieler fliehen müssen ich glaube der paulo wird da auch nicht ganz ungerupft davon kommen jetzt haben wir zwei bälle im spiel wobei starb weiter spielen obwohl der ball wohl schon raus war auch das eine gute entscheidung adilio junior junior schachner zicko w w Ehrlich Adilio Karl-Heinz Rummenigge, in der Mitte lauert Michael, Rümberger Leparski hüfter an der eigenen Abwehr aus, und Rubesch Schachner Es wollte er wahrscheinlich noch einen Elfmeter, den gibt es aber nicht Einer ist genug Ja, Petscher ist auch Techniker Ja, Petscher ist auch ein Leder zurück Leandro Zico, nochmal die brasilianische Stafette Einige Male haben sie ja gezeigt, wie so ein Flamenco auf dem Fußballfeld getanzt wird Adilio Zico Grünberger strengt sich mächtig an, der Junge Was auch erstaunlich ist, niemand, soweit ich das überhaupt überblicken kann, vielleicht einzelne, aber Ansonsten keine Gruppen, die hier etwa schon das Stadion verließen Sie warten wirklich bis zum Ende An diesem schönen Sommerabend Der uns einige wirklich schöne Fußballszene gebracht hat Es hätten wohl noch ein paar mehr sein können Reitner Oh, schade Schönes Ding Es hätten vielleicht noch einige mehr sein können Aber da waren ein paar Kabinettstückchen, ein paar Kombinationen drin, die wirklich Spaß gemacht haben Besonders durch die Brasilianer und ihre kapierende und verblüffende Technik Fünf Tore haben wir zu sehen bekommen Vielleicht fällt ja noch eins in der letzten Minute, obwohl ich das unwahrscheinlich halte Nach drei bemüht sich Kommt aber gegen Karl-Heinz Förster nicht mehr zur Stuhle Und ein Lob für diesen Mann, der den Ball da eben gestoppt hat und jetzt nach vorne spielt Für Schiedsrichter Schmidthuber aus Ottobronn, bei München, der das Spiel laufen ließ Und der im richtigen Moment die richtige Elfmeterentscheidung getroffen hat Auch dort ist der Bobbys, dein Amsel Bord! Wir stellen sie mal! Bord! 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 Schau! 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 musste kein ordnungsdienst funktioniert da mehr tun mir die spieler ein bisschen leid die jetzt versuchen müssen da ganz schnell herauszukommen der karl 1 rummenigge hat sich rechtzeitig der hat auf die uhr geguckt abgesetzt und ist schon im abgestellten bereich gelandet ein paar andere haben es auch geschafft ich fürchte der paar breitner wird die größten schwierigkeiten haben durchzukommen es wäre viel schöner gewesen hätte man ihnen hier in ruhe eine ehrenrunde laufen lassen und ihnen dabei gejubelt das war es also das abschiedsspiel für paul breitner ein abspielt ein abschied vom spielfeld ich habe es glaube ich schon mal gesagt aber sicherlich nicht von der fußballbühne da werden wir in dieser oder jener funktion ganz sicher hier und da noch mal erleben und sie haben gerade da oben auf der anzeigetafel vielleicht kann man das noch mal zeigen eine karikatur gesehen vom dieter harnisch einen bekannten münchner karikaturisten servus paul das ist es was ich zum schluss auch noch sagen möchte servus paul alles gute wir haben dir einiges zu verdanken in jeder weise eine gute zukunft und ihnen meine damen und herren zu hause einen schönen abend auf wiedersehen so weit und die kölner sind ja nur mit einem knappen dünnen 1 zu 0 vorsprung nach rom gefahren das olympiastadion in rom seit wochen ausverkauft trainer rinus michels beklagt dass durch den ausfall von drei stammspielern ausgerechnet der empfindlichste teil seiner mannschaft die deckung auseinander gebrochen ist und als letztes kann man noch darauf hinweisen dass die römer wertvolle ruhetage hatten durch das länderspiel italien gegen rumänien am letzten wochenende weil nur einer ihrer spieler nämlich bruno conti im nationalteam eingesetzt war die der adler schilderte uns nun die begegnung im römischen olympiastadion als rom gegen den 1. fc köln das olympiastadion mit gut 70.000 ausverkauft und so ist die stimmung heute nachmittag gewesen die zuschauer allerdings entfachten mit raketen und einigen was qualm erzeugt eine derartige atmosphäre dass der schiedsrichter gezwungen war die partie einige minuten später anzupfeifen bis der qualm sich verzogen hatte und so begrüßte man die eigene mannschaft der 1. fc köln hatte also zunächst einmal auch gegen die atmosphäre im stadion anzurennen die kölner ganz in weiß wie schon angedeutet in der abwehr umstellungen für den verletzten und am montag operierten libero strack kullmann als libero dann für den gesperrten steiner wegen seiner zweiten gelben karte bonhoff auf dem vorstopper posten auch konopka konnte nicht spielen für ihn kam wilmer in die mannschaft nach dem ersten versuch durchs livo den sie eben sahen da ist rom toni schumacher szenen aus den ersten minuten ankelotti ein sehr dynamischer mittelfeldspieler oft mit dem aufbau zu finden kopfball brusso und trainer rinus michels gibt erste anweisungen an seine abwehr die kölner in dieser beginnenden phase des spiels überhaupt bedacht ruhe ins spiel zu bringen aber dann solch ein fehler von kohlmann den pristine in letzter sekunde auszubügeln vermag er die römer fassen es fast nicht dass aus dieser situation kein tor entstanden ist falcon der brasilianer im team des eis rom ruht so wieder und ans livo die wo sehr oft am ball aber sie sehen mit solchen fehlpässen im spielaufbau kann man natürlich keine ruhe ins team bringen das bringt den gegnern ballbesitz und führt zu erneuten gegen angriffen mal der rade außen verteidiger hatte geschossen möglichkeiten für den eis rom in den ersten 20 25 minuten zu einem tor waren durchaus vorhanden aber eigentlich mehr dadurch dass die kölner sich zu weit zurückzogen vielleicht zu defensiv spielten und dann noch einmal kurz vor der halbzeit dieser fehler zweier kölner als dann jorio schießt kann zimmermann mit der fußspitze den ball noch ins auslenken 0 zu 0 zur halbzeit die zweite spielhälfte unverändert beide mannschaften sehr schönes doppelpass spiel von brutso und pro haska mit der nummer acht der österreicher beim eis rom schumacher souverän und sicher im stellungsspiel falcon geht jetzt mehr mit nach vorne dann brutso zimmermann attackiert ihn und schritt sich der roger schutters aus belgien übrigens er leitete das spiel mit seinen linie richtern ganz ausgezeichnet gibt freistoß die bartholome schumacher parade jorio 1 zu 0 55 die minute und so wird in rom der torschütze gefeiert die zeitgruppen wiederholung wird zeigen dass dieses tor eigentlich unnötig war die parade von schumacher hervorragend aber jorio wird nicht genug markiert kann unbehindert einköpfen und nun ist alles ausgeglichen der 1 zu 0 vorsprung der kölner aus dem hinspiel ist egalisiert und die römer greifen an köln in der defensive nur selten entlastungsangriffe jorio der torschütze jetzt immer stärker zimmermann die abwehr natürlich nicht so stark auf kölner seite wie in der gewohnten formation mit strack und steiner vielleicht sie sehen nervosität slivo litbarski der angriff der kölner mit alofs und litbarski und dem etwas zurückhängend spielenden fischer heute bis zu diesem zeitpunkt sicher enttäuschend litbarski das spiel im großen und ganzen anständig wilmer wagt endlich an aus der zweiten reihe torwart zankredi nach einer stunde spielzeit unverändertes bild eins zu null führung für den eis rom die mannschaft macht das spiel greift an die kölner ziehen sich weit zurück bringen aber nur selten wirklich durchdachte spielzüge im angriff zustande wieder drei wird schon abwehrspieler dann jori oder torschütze und tony schumacher reiner bonhoff mit der nummer fünf in seinem letzten spiel für den snfc köln morgen wird er nach berlin gehen künftig für härter spielen er hat in der abwehr gegen brutso zu spielen löste diese aufgabe recht gut bei vorstößen hat er dann doch gelegentlich mühe den ball zum eigenen mann zu bringen und dann der konter wieder faul spielen und natürlich freistoß für die italiener sehr schnell ausgeführt mit der nummer zehn das ist die bartholome der mannschaftskapitän abwehrspiel und dann konnte sehr schön wir die flanke herein sind wieder giorio nicht genügend markiert riesen chance 65 spiel minute nur zehn minuten nach dem 1 zu 0 für den eis rom durch den gleichen spieler durch giorio mit der nummer sie die barsky ging auch weit zurück holte sich die bälle in der eigenen hälfte stefan engels mit sicherheit nicht in der form die er schon zu beginn dieser saison gehabt hat attackiert von nähler kann sich dadurch setzen die bars geht knapp vorbei vielleicht hätte er noch abspielen können zu klaus alufs der es ihnen da andeutet aber juli barsky versucht es und das war sicher auch richtig einmal aus der zweiten reihe zu schießen die abwehr italiener also heraus zu locken zimmermann einmal im angriff auf dem rechten flügel zu finden von madeira gestört eckstoß durch klaus alufs das sind szenen so um die 67 68 minute herum verwirrung im italienischen strafraum aber dann gut geklärt von pro haska und doch geht der ball wieder verloren also auch nervosität bei den römern dem tabellenführer der italienischen liga mit barsky er hat es schwer da waren sofort zwei mann bei ihm ihm in diesem fall auch den ball abjagen pro haska gestört von bonnhoff es ist gut in szene setzt hier pass auf lidbarsky aber die flanke zu dicht vor das tor keine mühe für tankredi dennoch kölner elan in dieser phase man versucht nun doch vielleicht zu einem tor zu kommen wilmer schlivo und faulspiel von klaus alufs der hier die gelbe karte erhält die einzigen übrigen im spiel er hatte zuvor schon zwei dreimal eine leise ermahnung von schiedsrichter shooters erhalten die gelbe karte war schon alles in allem berechtigt das ist falcon der teuerste spieler auf der seite des eis rom brasilianer einer der besten während der weltmeisterschaft nela der abwehrspieler dann mit der 10 die bartholome der abwehrmann und mannschaftskapitän die abwehr von zimmermann kommt zu einem gegenspieler möglichkeit für den eis rom aber es steht immer noch 1 zu 0 und das würde bedeuten wenn es so bleibt verlängerung falcon geht nun öfter mit nach vorne der brasilianer sehr schönes zusammenspiel mit konnte wieder falcon konnte konnte ein gefährlicher schütze sie sehen hat die rechte hand verbunden das ist eine verletzung er in der zweiten hälfte wesentlich stärker als in den ersten 45 minuten und pristine hatte da einige arbeit als sein gegenspieler da ist er wieder und pristine dabei ja faul von bonhoff keine frage freistoß muss es wiederholen schiedsrichter roger juthers aus belgien souverän in dieser partie es sind diese gefährlichen situationen durch freistöße einer davon sie haben es gesehen in der 55 minute führte er zum führungstor für die römer gut 80 minuten inzwischen gespielt immer noch der spielstand 1 zu 0 köln hält also das resultat trotz aller bemühungen des eis rom ein weiteres tor zu erzielen und die chancen waren da aber auf der anderen seite hat auch köln durchaus möglichkeiten bonhoff um sekundenbruchteile zu spät er bleibt da liegen ich glaube nicht dass er verletzt war es schien mir eher dass einem eine abseitsposition entgehen wollte jetzt häuften sich doch einige attacken die zu freistößen führten beiden seiten aber alles in allem mit sicherheit kein spiel in dem es bösartige hässliche faus gegeben hat mit barski und wilmer der einzige der mal wirklich aus größerer entfernung zu schießen wagte torwart tankredi dann drei minuten vor dem ende wechsel hartmann kommt bonhoff geht zwar sein letzter auftritt im kölner trikot und dann freistoß für den eis rom nela ist schlievo bei ihm dann kommt conti und wühlt sich dadurch pristine dazwischen eckstoß zwei minuten vor dem ende der erste fc köln den rückstand vermeiden können den zweitore rückstand aber als hier falcon streiflich frei steht und dann mit diesem schuss das 2 0 erzielt ist die partie entschieden zugunsten des eis rom nils liedholm der schwedische trainer der römer er kann sich freuen rinus michels auf der anderen seite mit den letzten anweisungen in den letzten sekunden erreicht er nichts mehr es bleibt bei diesem 2 zu 0 und dieses resultat bedeutet dass der eis rom die nächste runde erreicht hat und der erste fc köln aus dem wettbewerb des uefa pokals ausgeschieden ist und damit zurück zu werner lux ins studio die bundesrepublik deutschland anzutreten man konzentrierte sich also augenscheinlich ganz auf das viertelfinale im uefa cup ob es etwas genutzt hat erfahren sie von dieter dammler vor der beruhigenden kulisse von 80.000 zuschauern versuchen die ganzen rot spielenden italiener dem zwei millionen mark einnahmerekord und ihrer favoriten rolle gleichermaßen gerecht zu werden die benfica stars die bekanntlich gegen die bundesrepublik deutschland nicht mitgespielt hatten wirkten ausgeruht und ließen sich auch hier in der hektischen atmosphäre des römischen olympiastadions nicht einschüchtern nach diesem wirkungslosen freistoß der portugiesen folgte ein schneller angriff über den rechten flügel mit diesem tor durch den für benfica spielenden jugoslawen soran filopovic gingen die gäste nach 40 minuten überraschenden führen die wiederholung des treffers in zeitgruppe die attacken des as rom führen in den verbleibenden fünf minuten bis zur halbzeit nicht zum erfolg die gastgeber wirken fahrig und lassen zunehmend weniger sind für gemeinschaftliche aktionen erkennen mit einem für die 80.000 zuschauer enttäuschenden 0 zu 1 wechselt man die seiten wer erwartet hatte dass rom nach der halbzeit nun die spielerische initiative ergreifen würde sah sich schon bald getäuscht die gefährlicheren angriffe kamen weiterhin von den ganzen weichspielenden portugiesen genau nach 60 minuten fiel dann dieser eher harmlos wirkende treffer wiederum durch den 30 jährigen jugoslawen filopovic zum 2 zu 0 für benfica noch einmal in zeitgruppe eine blamage schien sich damit für den spitzen reiter der ersten italienischen division abzuzeichnen einem verein der von dem schweden nils litholm trainiert wird und im viertelfinale den ersten fc köln ausgeschaltet hatte erst 20 minuten vor spielende erkannte der unparteiische aufhandspiel im portugiesischen 16 meter raum und ließ sich dann auch nicht beirren diesen strafstoß ausführen zu lassen eins zu zwei durch agostini die bartolomei diesem anschluss treffer folgten stürmische attacken des römischen millionensturms mit dem brasilianer falcao und dem österreicher prohaska doch immer wieder konnten sich die bedrängten portugiesen mit kontern erholungspausen verschaffen es blieb beim ergebnis als rom unterlag benfica lissabon mit 1 zu 2 ja noch aus das ist gut es blieb beim ergebnis als rom unterlag benfica stürmische aber auch nicht die bedrängte der beiden Vielen Dank. 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 Vielen Dank.